und ein herzliches willkommen zurück zur let's play southparks stick of truth beim letzten mal haben wir craig befreit und mr sklave seine sein sein paket gebracht außerdem haben wir neue ups haben wir neue waffe erhalten waffen und kleidung und die wollen wir erstmal dingsen erstmal hier ändern das bleibt das bleibt auch das bleibt auch wir haben eine neue waffe das faustmesser drauf waren wir vorher schaden würde ich sagen der feuerschaden der kommt immer gut so haben wir jetzt alles ich hoffe mal so ok yes yes but now let us see how you fare against a real opponent hey hey magasin magasin could you come help us with something she don't have to say this can be sweet yeah hey scott could you um spar with douchebag real quick he's gonna try a new move ok warum auch immer ist ja toll vom mittel mich nicht mit sollen das schick als alleine herum aber noch so zerschmetternde keule blitz zauberstab ist alles nicht wirklich hammer des news krummsebel des kriegers es ist alles nicht so schurkig nicht so diebisch schade da müssen wir wohl warten bis wir irgendwo was passendes finden let's go inside um okay und Oh. Auweia. Muss ja wohl, ne? Wo kann er sein? Dort sitzt eine einsame Gestalt. Ich denke, ich höre ihn. Möglich, Butters. Möglich. Hallo? Ich glaube... Oh! Oh, Jesus. It's the bomb! Oh! Oh! Beware for battle, weaklings! Elves fall in! Deucebag, it's a trap! Bell! I am a level 10 bot, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant... With magical songs of enchant! Mit Magical Songs of Enchant Was lustig, ich finde es jedes Mal lustig So Was So, wir mäuchern wieder von hinten auf Das zählt nicht, du zählst Das ist ein Dreck Was Was Das gibt Aus dem Maul Ja, bringt ihm nicht viel, dass er brennt So Kommt als nächstes Wo dann heilen wir Also, vielleicht kann nur uns ein Okay Dann, äh, aus dem Maul Oh, Entschuldigung Oh, nö Was 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 Wie wird die regeneriert Ich schaue mich noch mit links So Der kann auch nur zwei Lieder, ne So, aber man kann hier auch Das, das kann ich, das kann ich auch So So Wird es auch gemeuchelt Und zum guter Letzt Oh Oh Wow Was Habe hier Der arme Butters Alle weggepawnt Bäm Komm mal rein So Dem geht es gar nicht mehr so gut Ich habe das Schwerkgriff Manertrank Ja, ja, gleich, Sekunde, Sekunde Irgendwann Da ist ein Werkzeugkiste Kronkorken Ich habe schon mal sogar Craig kann hier sitzen bleiben Ja, gut Ach Ja Okay Neue Nachricht von Token Wird was Ja, ja, Moment Ja Feuer, Erste 2 ist draußen, Jungs, die haben 250 Millionen dafür ausgegeben, das wird echt genial Okay So Unser König Oh Oh Er büppelt das Aus dem Maul Oh Ah Ein Becher So Dann haben wir mal ordentlich Hier drauf Und Und zu guter Letzt wird nochmal ordentlich gemäuchelt Oh 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 Errungenschaft freigeschaltet Lokale Ja, wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen leiden Der Quatsch-Tier. So. Okay, komm. Warum nicht? Mann. Ah, ist das beschweigert. Geh mal nach oben. Geh mal nach oben. Ich gehe nach oben und mache Kontakt mit dem König der Helden. Was? Hm. Ja, mach mal. Bam. Ja. Ah, danke schön. Wenn seine Eltern nach Hause kommen, dann ist... Juckt den nicht. Warum juckt den nicht? Ja, guck mal. Ja, guck mal. Geschickter Verteidiger. Nice. So. Äh. Ich würde sagen, wir ziehen ihn mal ab. Ah. Ja. Ansonsten. Genau. Genau. Ja. Das EKO. Ich würde mal wieder ein bisschen was mit Magie machen. Ja. 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 Komm. Ja. 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 wie sie langsam angegriffen immer probleme mit sorgen ziehen wir hier noch mal obwohl er kommt er kommt nicht dazu irgendwas zu machen haben wir da gerechtigkeit akon batters haut einfach drauf rüstung ach man wieder zu früh sollte ja schon mal weg einfach mal was haben möchte dann hauen wir ein paar faustmesser drauf ja scheiße dagegen aber er brennt das ist schon mal was kriegt nix mit antake ok weil der berührung sie ist der elfenbogen vielleicht praktischer als die daten ich muss mal nachgucken sie hat jetzt alles und alle genutzt hier den auch hier wird alles genutzt schauen wir nach kurz ja das hat schlechter das ist alles nicht so überzeugend nee ankerbad würde sogar passen zum einfachen kinder es geht nicht das geht alles nicht das das geht einfach nicht sonst irgendwas sieht es nur malung das kann man machen das gut ja frisur sieht man nicht kaum sonst müssen wir verkaufen ist ja viel zu viel fähigkeiten irgendwas dann kriege ich das wie das ich will vor allem dass das hier will ich tote tausend schritte ok mit dem nächsten level ab gibt es ja ja ach prinzessin kennig die kann auch mal so ein bisschen also das klingt gar nicht so unerfreut aber ich kümmer gucken was wir waren das noch mal hier kurz 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 genau so hallo hallo so jetzt geht es hier rauf hat ihn leider nicht erschlagen aber wir kommen hier rüber war schwarz 5 haben wir jetzt die neue neue attacke mit aber sie jetzt haben wir sie jetzt ja exekutieren nice also die habe ich jetzt einfach ich kann die nicht aufwerten würde mir fast lieber aufsparen aber in zufälligen positiven status mit so wir spielen auf der mitte denn wir wissen der mitte ist besser als schade hhhhh ich kann dran also ich kann dir die Königin die Königin du siehst du nicht die Königin gesprungen Leute ja ich bin ich habe die Lukaku die Wahrheit das bedeutet dass ich das unverlässliche und ich sagen das beh pense das behauptet ist okay hallo kann ich das machen er hat eine Lukaku kann man das machen осn't das ihr habt er hat auch die Wahrheit wieder einmal in diesem Raum hmm ihn hat ja zwar auch hat er So ich würde sagen geht es dann ab hier weiter ja sofort wie man nächsten part hier weiter ich bedanke mich immer fürs zu sehen und sagt bis nächstes mal